Ich lerne Deutsch. Nummer 1917 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Halt! So geht das nicht. Halt! So geht das nicht. Mit diesem Luftballon möchte ich meine Gefühle für dich ausdrücken. Mit diesem Luftballon möchte ich meine Gefühle für dich ausdrücken. Angelina sitzt auf einer Decke und isst ein Stück Wassermelone. Angelina sitzt auf einer Decke und isst ein Stück Wassermelone. Ich habe über die heutige Spielstrategie nachgedacht. Ich habe über die heutige Spielstrategie nachgedacht. Es wird einige Änderungen in der Aufstellung geben. Nach einem langen Tag im Büro erhole ich mich zu Hause bei der Gartenarbeit. Nach einem langen Tag im Büro erhole ich mich zu Hause bei der Gartenarbeit. Der Kauf des neuen E-Bikes war die richtige Entscheidung. Der Kauf des neuen E-Bikes war die richtige Entscheidung. Der Akku hat schon über 100 Kilometer gehalten. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt und finden gemeinsam eine Lösung. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt und finden gemeinsam eine Lösung. Lasst uns hier eine kurze Pause machen und dann geht es mit dem Skaten weiter. Lasst uns hier eine kurze Pause machen und dann geht es mit dem Skaten weiter. Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Mein treuester Freund ist mein Hund. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe noch nie so viele Tulpen auf einem Feld gesehen. Ich habe noch nie so viele Tulpen auf einem Feld gesehen. Ich habe noch nie so viele Tulpen auf einem Feld gesehen. Ich glaube, du hast Fieber. Das Fieberthermometer zeigt eine erhöhte Temperatur an. Ich glaube, du hast Fieber. Das Fieberthermometer zeigt eine erhöhte Temperatur an. Die Straße führt am Meer entlang. Zu dieser Tageszeit gibt es nur wenig Verkehr. Kannst du lesen, was auf der Verpackung steht? Kannst du lesen, was auf der Verpackung steht? Kannst du lesen, was auf der Verpackung steht? Oder ist dir die Schrift auch zu klein? Schau genau hin. In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Schau genau hin. In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Schau genau hin. In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Ich bin mit Freunden auf einem Volksfest. Am Nachmittag ging es los. Wir müssen Energie effizienter nutzen, sonst können wir die Rechnungen nicht bezahlen. Soll ich es verändern oder kann es so bleiben, wie es ist? Soll ich es verändern oder kann es so bleiben, wie es ist? Die amerikanische Trennsportart Axtwerfen setzt sich nun auch in Europa durch. Ich kann das nicht glauben. Das musst du mir näher erklären. Ich kann das nicht glauben. Das musst du mir näher erklären. Mein Knie ist wieder in Ordnung. Der Halbmarathon ist kein Problem. Mein Knie ist wieder in Ordnung. Der Halbmarathon ist kein Problem. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Aber dann gib uns bitte einen Like. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Es ist ein Like.